Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den Update News vom 26. April. Ja, heute hat Furgrove einen neuen Anstrich bekommen. Was heißt einen neuen Anstrich? Teilweise sogar einen kompletten Umbau, wenn man sich zum Beispiel das Rathaus mal näher betrachtet. Ja, Furgrove wurde dem Stil angepasst, der auch in Moorland, Vorpinter und auch Valedale schon Einzug gefunden hat. Mir persönlich gefällt das neue Aussehen von Furgrove sehr, sehr, sehr gut. Die Überarbeitung war eigentlich auch schon überfällig und ich bin unheimlich gespannt, wie es euch gefällt. Ich werde einfach mal eine Abstimmung in das Video packen, was ihr morgen lieber sehen wollt. Soll es morgen mit der Story weitergehen oder sollen wir aus gegebenem Anlass das neue Furgrove mal genauer unter die Lupe nehmen? Ihr entscheidet, was morgen für eine Folge kommt. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017